Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Es ist wieder Samstag. Wir blicken wieder auf die kommende Woche. Was steht an? Wie sieht es aus an den Forex-Märkten? Wie sieht es aus an den traditionellen Märkten? Und natürlich auch an den Kryptomärkten. Diese Woche war nicht wirklich viel los. Wir haben zwar so einen leichten Abschlag, vor allem an den traditionellen Märkten gesehen, aber so richtig Crash oder wieder ein Pump haben wir einfach nicht bekommen. Auch Bitcoin mit einer Seitwärtsphase. Dafür hat sich in den Forex-Märkten, wie ihr hier gerade schon beim Dollar seht, ein bisschen mehr getan. Und nächste Woche stehen dann auch wichtige Daten an. All das werden wir jetzt in den nächsten 10-15 Minuten auf jeden Fall besprechen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Gerne auch einen Kommentar unten reinhauen, damit das Video hier ordentlich gepusht wird. Und gerne auch in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinscheunen. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, gestern ist die neue Folge des Podcasts online gekommen, Krypto & More, mit dem Thema Schulsystem. Sehr, sehr interessante Folge. Wir haben auch schon viel positives Feedback bekommen. Also hört euch den gerne an auf Spotify, auf Apple und Dienstag dann auf YouTube. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wir wollen ja nicht zu viel Zeit verlieren. Es wird heute ein heißer Tag, deswegen gleich durchstarten. Also DXY, also der US-Dollar, deutlich, deutlich rejected worden. Wir sind jetzt gerade auf dem 4-Stunden-Chart aktiv. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass dieses Level hier oben, das so ziemlich das Konter-Level ist, hier oben bei den 103,5. Hat auch wirklich so gezogen und es ging deutlich nach unten. Und ihr wisst, wir haben unseren Euro-Long-Trade auch noch offen. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, um die Gegenanalyse nämlich dazu zu machen. Und jetzt befinden wir uns hier beim DXY im Golden Pocket wieder. Wir haben die Ineffizienz noch nicht ganz erreicht. Das heißt, ich erwarte am Montag vielleicht nochmal einen minimalen Dump oder was heißt Dump, zumindest eine kleinere Korrektur in dieses Level hier 102,147 bis ca. 102 US-Dollar. Das wäre so ein bisschen die Zielmarke, die ich für am Montag anpeile, Montag, Dienstag, um dann eben das Reversal zumindest in dem Bereich der knapp 103 US-Dollar zu bekommen. Und ihr wisst, wir haben noch 1 Euro US-Dollar Long-Trade offen. Auch dem schauen wir uns an. Hat weiterhin gut gezogen. Wir haben den Widerstandsbereich, dieses Downtrends durchbrochen. Wir haben eine Triple Bullish Divergence hier unten reinbekommen auf dem 4-Stunden-Timeframe und befinden uns jetzt ebenfalls an einem Konterlevel. Und zwar haben wir hier oben noch diese Ineffizienz. Wir haben das Hoch noch nicht ganz abgegriffen und darauf warte ich derzeit noch. Und das ist eben der Grund, warum ich jetzt sage, okay, DXY noch ein bisschen tiefer, daraufhin der Euro gegenüber dem US-Dollar noch ein bisschen stärker. Und dann seht ihr hier schon dieses kleine Trade-Setup, was ich mir dann eben vorstellen könnte, dass wir uns eben hier oben bei den 1,098 Euro circa unseren Short eröffnen und dann eben davon profitieren, dass der Dollar dann möglicherweise einen Reversal kriegt. Ich erwarte dann zumindest mal eine Korrektur beim Euro, dass wir zumindest mal hier in dem Bereich der 1,09 Euro wieder runterfallen. Und ja, da wird sich dann zeigen, wenn wir hier wieder Support reinkriegen, ersten Tech-Profit würde ich auf jeden Fall hier reinlegen. Und dann schauen wir mal, sollte der US-Dollar, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt hier einen enormen Pump sehen beim US-Dollar, aber halt eben diese kurze Gegenreaktion könnten wir schön beim Euro da mitnehmen mit einem Short und dann gegebenenfalls, wenn hier eben die Rejection wieder reinkommt, dass der US-Dollar dann tiefer geht. Außerdem könnten wir dann, wie gesagt, auch noch, dadurch, dass wir ein Entry hier von 1,08 Euro haben, könnten wir den Login wieder ein bisschen vergrößern, das heißt wieder verdoppeln. Wir haben jetzt hier schon insgesamt vier, fünf oder sechs Take-Profits genommen nach der Verdopplung. Also den lasse ich auch weiterhin gerne offen, weil ich weiterhin davon ausgehe, dass der Euro doch noch ein bisschen weiter nach oben ziehen könnte, nach eben dieser kleinen, oder nach diesem kleinen Reversal dann eben wieder. Soviel erstmal zum US-Dollar, ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die traditionellen Märkte. Und zwar gehen wir rüber zum Dow Jones. Wie sieht es da aus? Wir haben leider nicht mehr dieses Hoch hier oben abgegriffen, das war ja eigentlich so unser Ziel letzte Woche, das wäre eigentlich der perfekte Short-Entry gewesen. Haben wir leider nicht bekommen, wir hatten hier eine leichte Konsolidierung am 0,236er, also bei den 34.400 Punkten circa. Dann kam der Abverkauf leider schon etwas zu früh, wir sind dann ins Golden Pocket reingekommen, auch ins 0,786er und der Close gestern war nicht wirklich geil. Also muss man wirklich sagen, der Close gestern war richtig bescheiden. Wir haben unter 0,786er geschlossen, also kein wirklich bullischer Close oder bearischer, also eher ein bearischer Close, was man hier sieht. Gefällt mir alles nicht so gut. Außerdem haben wir hier noch so eine Art dann Doppeltop, die jetzt hier langsam aber sicher reinkommt. Auch nicht so das wahre. Klar, ein Reversal könnte dann kommen, aber ich habe auch gerade dazu gesagt, ich gehe davon aus, dass der Dollar etwas stärker sein wird. Und wir haben jetzt noch nicht so wirklich die Newslage, ich gehe gleich darauf ein, wenn wir die traditionellen Märkte besprochen haben, was das dann eben für News sein oder sein werden, Mittwoch und Donnerstag, die hier auf uns eintrödeln. Deswegen gehe ich erstmal noch davon aus, dass sogar die Märkte noch ein bisschen mehr korrigieren, so Richtung 33.400 Punkte der Dow Jones. Dort wartet unser Golden Pocket von dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Wäre nicht wirklich bearish, aber man könnte sich dann hier langsam aber sicher wieder long positionieren, und gegebenenfalls hier ein neues Breakout nach oben hin traden. Vom Stop-Loss her können wir uns das Ganze auch mal angucken. Also wir sollten hier im Golden Pocket long gehen, müssten aber den Stop-Loss doch etwas tiefer setzen. Und da mit 1,85% finde ich schon etwas heavy. Deswegen wahrscheinlich hier zwei Entries, den ersten am Golden Pocket und den zweiten dann wahrscheinlich hier kurz vorm 0,786er bei 33.166 Punkten. Wir haben hier noch so eine leichte Ineffizienz, die könnte sich der Markt noch fischen. Aber jetzt warten wir erstmal ab, wie der Montag öffnet. Montag, Dienstag dann deutlich mehr zu den Trades zu sagen. Gehen wir rüber zum S&P 500. Auch hier bin ich gerade noch so ein bisschen am überlegen, ob wir hier schon einen Short wagen. Ihr wisst, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Dieses Ascending Triangle hat sein Ziel noch nicht erreicht. Mein Ziel ist eigentlich so hier grob die 4.550 bis ca. 4.600 Punkte Marke. Da bleibe ich auch erstmal noch ein bisschen dabei, auch wenn die Märkte gerade ein bisschen schwächeln. Und zwar wir haben hier diese Bearish Divergence, die nicht wirklich geil ist. Auf dem 4-Stunden-Timeframe sieht man das ganz gut, Volumen geht raus. Wir haben jetzt gestern das Gap gefüllt, wurde sofort wieder abverkauft. Der Close, ja, ging sogar noch. Also wir hatten jetzt keinen ultra bearishen Close jetzt hier mehr. Haben auch noch so ein Mini möglicherweise Gap hier oben. Also hier jetzt Short zu gehen, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant. Also der Dow Jones sieht deutlich bearish aus als der S&P 500. Aber S&P 500, wie gesagt, ist weiterhin eher so mein Ziel hier oben, die Marke, um dann in Short einzugehen. Also da hat sich zur Analyse von letzter Woche nichts geändert. Den Abtrend, wenn wir nochmal testen, wäre es vielleicht nochmal eine kleine Long-Möglichkeit. Aber ansonsten sehe ich hier keine Möglichkeiten, hier irgendwie noch in den Long-Trade reinzurennen. Gehen wir rüber zum Nasdaq. Auch hier sind wir noch ein bisschen entfernt von unserer Zielmarke. Klar, diese blaue Linie, das ist eigentlich so dieser übergeordnete Plan, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Aber auch diese Woche nichts wirklich halbes und nichts ganzes, was hier gekommen ist. Keine bearish divergence. Klar, auch hier so eine Art Mini-Doppeltop, was sich hier langsam ausbildet. Wird sich aber erst zeigen, wir haben noch keinen Strukturbruch gesehen. Mit Strukturbruch meine ich, dass wir ein tieferes Tief kriegen. Und das haben wir nicht. Das letzte strukturrelevante Tief liegt hier einfach bei den 14.650 Punkten. Wenn wir das durchbrechen mit einem 4-Stunden-Close oder sogar Daily-Close darunter, dann bin ich bearish, dann warte ich auf den Retest und dann können wir weiter nach unten hin abverkauft werden. Das liegt momentan nicht vor. Wir befinden uns in einem Up-Trend. Das Einzige, was jetzt hier minimal bearish ist, dass wir kein höheres Hoch haben, aber wir haben eben auch noch kein tieferes Tief. Und deswegen wäre ich hier einfach ein bisschen vorsichtig jetzt schon mit einem Short oder auch mit einem neuen Long. Wir haben noch zwei interessante Level. Das ist einerseits hier oben die 15.330-Punkte-Marke und natürlich die 15.730-Punkte-Marke. Und das sind die Ziele, wo ich dann eher für einen Short dann auserkommen habe. Ansonsten gibt es hier derzeit wenig zu sagen. Deswegen gehen wir rüber zu den News. Wir haben die VPI-Daten. Ich weiß, ich habe letzte Woche schon gesagt, die kommen diese Woche. Ich habe den falschen Kalender offen gehabt. Sorry dafür. Also diese Woche wirklich die VPI-Daten. Die FED wird gespannt darauf gucken, weil für die ist immer noch die Inflationsdaten einfach ein bisschen zu hoch. Deswegen weitere Zinserhöhungen. Wir hatten ja diese Woche die Non-Farm-and-Payrolls, die deutlich eingebrochen sind, die Stundenlöhne aber gestiegen sind. Ist so alles ein bisschen bullish, ein bisschen bearish. Also vielleicht kippt so langsam ein bisschen die Stimmung am US-Markt. Deswegen wird es sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie hier einerseits, ob die Prognose von 5,3% getroffen wird oder ob wir hier deutlich, deutlich tiefer gehen. Der Ölpreis deutlich weiterhin gesunken. Klar, wir haben Sommer, aber trotzdem wird interessant zu sehen sein. Dann natürlich auch die Kernrate. Prognose 0,3%. Auch hier wird es extrem spannend sein, wie diese sich entwickelt hat. Steigt die Kernrate. Dann 100%, dass wir nochmal eine Fettzinserhöhung kriegen, beziehungsweise 2%. Wird interessant werden. Und am Donnerstag haben wir dann die Erzeugerpreise. Auch hier, also Mittwoch, Donnerstag wird für die Fettzinserhöhung sehr, sehr interessant werden. Natürlich auch für uns. Und könnte da natürlich auch deutlich mehr Stimmung in die Märkte bringen. Und dann auch hierfür deutlich mehr Bewegung. Das wäre dann hier möglicherweise entweder das bearish-Szenario, dass wir komplett abverkauft werden. Wenn die Zahlen beschissen sind, wenn die Zahlen positiv sind, gehe ich davon aus, dass der Nasdaq und auch der SPX diese Ziele, die wir hier auserkoren haben, nach oben hin doch noch erreichen können. Und dann erst die Korrektur möglicherweise eine Woche später kommt. Wenn dann wieder der Zinsentscheid ist, der jetzt auch bald wieder ansteht. Können wir uns auch mal ganz kurz angucken. Wo haben wir es hier? Wenn es lädt. In 18 Tagen. Also ihr seht, in 2 Wochen, 2,5 Wochen ist es dann auch wieder soweit. Ist nicht mehr lang. 93% geht von der Zinserhöhung aus. Momentan bin ich da auch noch voll akkord mit. Gut. Dann gehen wir rüber zum DAX. Auch der, muss man jetzt sagen, unsere erste Long-Position ist jetzt leider zu. Auch hier 2 Take-Profits erreicht. Die Short-Order. Ja. Bereue ich ein bisschen, dass wir sie nicht gemacht haben. Weil eigentlich alles sehr, sehr gut gepasst hat. Wir sind genau am Golden Pocket hier rejected worden. Wir haben keinen Close drüber gesehen. Das Gap wurde gefüllt. Also es war schon sehr, sehr viel Konfluenz. Ihr wisst, wir hatten hier unseren ersten Take-Profit bei den 16k. Den zweiten Take-Profit im Golden Pocket. Und eigentlich hätten wir ohne Risiko einen Short aufmachen können. Hab dann aber nicht so dran geglaubt. Und dann ging es doch relativ flott. Ich hab aufs 0786er gehofft. Haben wir ja drüber besprochen. Aber gut. Wir hatten dadurch halt einen Move von 4% verpasst. Ist halt so. Ich hab aber jetzt schon die nächste Long-Position auserkoren. Und die liegt hier unten bei den 15.360 US-Dollar. Also kurz vor dieser gelben Zone. Also vor diesem Gap hier. Dort würde ich gerne die nächste Long-Position eröffnen. Direkt auch zwischen Golden Pocket und 05er für Bonacci Retracement Level. Ich gehe davon aus, dass eben dadurch, dass ich jetzt vom Dollar ein bisschen stärker ausgehe, dass wir vielleicht noch ein bisschen hoch konsolidieren. Aber dann nochmal einen Abverkauf sehen mit einem tieferen Tief circa. Unsere Position abgeholt wird. Bullish der Virgins reinkriegen. Und dann auch wieder eine Erholung sehen. Und dann halt das andere Golden Pocket, also das übergeordnete, dann nochmal antesten. Also momentan keine Position mehr offen beim DAX. Trotzdem, wir hatten hier die Position jetzt echt ewig offen. Und auch mehrmals Take Profits genommen. Auch mal verdoppelt. Also alles okay. Jetzt erst einmal, wie gesagt, die nächste Position dann hier. Und dann werde ich mich auch wahrscheinlich mit einem Short dann arrangieren. Je nachdem, wo unser Tief dann ist. Können wir das mal ganz kurz hier nachprüfen. Und dass wir vielleicht dann hier bei 16k nochmal einen neuen Short probieren. Weil wir dann die erste Abverkaufsfälle hätten, die zweite Abverkaufsfälle. Und die dritte könnte uns dann hier runter Richtung 15.200 bis sogar 14.900 Punkte bringen. Auch hier haben wir noch eine schöne Confluence hier unten in diesem Bereich. Ihr seht hier dieses Setup mit 1,96%. Könnt ihr euch schon mal merken. Kommt dann auf jeden Fall in die Signalgruppe. Also wenn ihr da die neuesten Updates wollt, kommt gerne in die Signalgruppe dann rein. Dort kriegt ihr dann auch die Trades nochmal mitgeteilt. Und ja, das ist erst mal so ein bisschen der Plan für den DAX. Also auch hier, kurze Erholung. Ich gehe aber auch hier eher von nochmal einem Long-Szenario aus, dass wir den dann nach oben hin mitnehmen können. Ja, das war es jetzt erstmal zu den traditionellen Märkten. Gehen wir rüber zu Gold. Wie sieht es dort denn aus? Auch hier neuer Trade offen. Ihr seht hier das Setup, 1.905 wieder Long gegangen. Wir haben aber immer noch die Long-Position offen von 1.930. Müsste die glaube ich offen sein. Es fehlt hier immer noch so ein bisschen die Power. Es gibt aber auch wiederum News, habe ich jetzt in irgendeiner Gruppe gelesen, dass die BRIC-Staaten nächste Woche angeblich verkünden wollen, eine neue goldgedeckte Währung zu veröffentlichen, rauszubringen. Klingt irgendwie komisch, eine Währung rauszubringen. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Könnte Bewegung endlich mal wieder in den Goldmarkt reinbringen. Wir müssen nachhaltig über diese Marke von 1.937 US-Dollar drüber. Wenn das geschieht, dann noch ein Retest und dann könnte Gold wieder explodieren. Und das würde vielleicht auch zu diesen News dann passen. Zumindest mal in dem Bereich der 2.000 US-Dollar bis 2.017 US-Dollar. Das ist so unsere Zielmarke. Ich bleibe hier weiterhin erst einmal Bullish. Die beiden Long-Positionen laufen. Der Short von 1.940 läuft auch noch. Hat auch mittlerweile 2 Take-Profits erreicht, nachdem wir hier nochmal diesen Abverkauf hatten. Also läuft alles und den Short, wie gesagt, Stop-Loss-Entry laufen lassen. Und wir beobachten die ganze Situation jetzt erstmal gleichzeitig. Haben wir auf dem 4-Stunden-Time-Film auch noch hier so ein mögliches Inverse Head & Shoulders, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Würde für einen Breakout sprechen und das Preis ziehen. Würde dann bei ca. 1.977 US-Dollar liegen. Könnte auch ein strukturrelevantes Level sein, weil wir hier einfach auch immer mal wieder ein paar Closes hatten, die nicht wirklich nachhaltig drüber waren. Also das sind die 2 Level, die müssen gebrochen werden. Dann könnte hier auch Gold wieder Richtung All-Time-High gehen. Beziehungsweise, wir machen noch ganz kurz das FIP-Level dazu. Von unserem High zu unserem jetzigen Low. Da sehen wir auch das Ziel von 2010 bis 2020 US-Dollar. Passt sehr gut eben mit Inconfluence, mit dem Golden Pocket, mit der Ineffizienz, die hier oben liegt. Und dann hier oben möglicherweise ein neuer Short-Entry dann entstehen. Ja, das war es erstmal dazu. Gehen wir noch rüber zu Bitcoin. Tut sich wenig. Ich habe heute früh kein Update oder ich habe jetzt kein extra Update für Bitcoin gemacht. Hat einfach den Aspekt, es tut sich zu wenig. Wir befinden uns seit 2-3 Wochen in dieser Range. Wir haben dieses Counter-Level, wo wir gestern früh im Update-Video drüber gesprochen haben, hier bei den 30.500 US-Dollar nicht durchbrochen. Sehr, sehr viel Konsolidierung. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass wir eben nochmal diese Tiefs hier sehen, zwischen 29.600 und 29.400, 500 circa, um dieses Lower Low nochmal zu bekommen. Das wäre dann auch nochmal ein neuer Long-Einstieg mit einem doppelten Boden, mit einer Bullish-Divergence, um dann gegebenenfalls aus der Range auszubrechen und die Marke von 32.000 bis 34.000 US-Dollar anzutesten. Das ist jetzt erstmal so ein grobter Plan. Wird interessant sein, wie das Wochenende sonst verläuft, aber es sieht sehr, sehr ruhig aus. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz zu Ethereum. Auch hier warte ich weiterhin auf das tiefere Tief für den Long. 1820 bis ungefähr 1780. Das ist so unser Long-Cluster. Ansonsten gibt es wenig zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick für die nächste Woche geben. Also steht sehr, sehr viel an. Interessante Woche, denke ich auch mit viel, viel mehr Trades. Auf jeden Fall. Und ja, Like da lassen, Abo da lassen. Gerne einen Kommentar unten reinschreiben, was ihr über die kommende Woche denkt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und ja, dann war es von mir. Ich bedanke mich und wünsche euch einen schönen Samstag. Genießt das Wetter im Schwimmbad etc. pp. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay cool.